Ich bin der Horst. Boah, hat die einen fetten Arsch. Miraculi mein Name. Und ich, ich bin der Rane. Hallo verehrte Jägerin, ich bin Atenuviel und das ist Raul, unser... Raul, was guckst du denn so komisch? Raul, aufwachen! Oh mein Gott, solche Sprüche habe ich ja noch nie von Raul gehört. Das ist wirklich sehr nett von dir, edler Zauberer. Du verstehst ihn? Ja, sicher. Oh man, lass uns weitergehen. Ähm, wo ist eigentlich Cliff? Keine Ahnung! Oh mein Gott, sie haben... Sie haben... Sie haben Raul getötet? Oh, ich mein, ihr Schweine! Ah, Cliff, da bist du ja. Hast du gesehen, wer das war? Ja, ja, das war der Makai. Der wollte auch mal wieder treffen. Na, warte, den holen wir uns! Ich danke euch für eure Hilfe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Äh, demnächst in Stormwind. Auf Wiedersehen! Ich frage mich, wie die mit dem Hintern durch die Tür kommen. Okay, Männer, lasst uns weitergehen. Unsere Helden schlagen sich tapfer weiter und weiter durch das Scharlachrote Kloster und stehen einige Stunden später vor dem gefürchteten Herod Khan. Schaut ihn euch an, da unten steht er. Ich habe irgendwie den Drang, ihm eine Banane zuzuwerfen. Bananen hat's ja früher bei uns nicht gegeben, ne? Aber dafür hat man richtig leckere Spreewollkürten. Meine Herren, können wir dann mal? Also, kann mich da mal weh, eh? Horst, ich habe dir schon mal gesagt, dass wir keine Zeit für deine seltsamen SM-Spiele haben. Buffen, Miraculi, Buffen! Achso, ja. Okay. Du bist also der Titan. Dann versuch mal, den hier zu behalten. Tschau! Horst, bitte sei vorsichtig. Ich habe gehört, dass Herod Khan die Genitalien seiner Opfer sammelt. Eier, wir brauchen Eier! Verdammt, der ist ja noch härter als der hohe Inquisitor. Haut rein, Jungs. Äh, soll ich Damage machen oder heilen? Er fragt, ob er Damage machen soll. Oh Mist, jetzt setzt Herod Khan zu seiner Spezialattacke an. Dem Affengesicht. Schnell, alle wegschauen. Verdammt, ich habe direkt reingeschaut. Eier, wir brauchen Eier! Wo ist denn der verdammte Rogue schon wieder? Ich bin hier! Aua! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ein Messer im Rücken habe. Das liegt vielleicht daran, dass du wirklich ein Messer im Rücken hast. Oh, dann müsste ich jetzt wohl umfallen, was? Nicht macht man so, wenn man gleich stirbt. Ja, oder? Naja, wenn sein muss. Gott, nicht mal normal sterben kann der Kerl. Meine Herren, können wir uns dann mal wieder auf den Bösen konzentrieren? Du siehst doch, dass Horst das Fass alleine geschafft hat. Jetzt noch Execute und wir können weiter. Siehst du, geht doch. Horst, beim nächsten Mal bitte schneller. Entschuldigung! Klasse, gute Arbeit, meine Herren. Oh Mann, ich könnte dringend eine Maniküre vertragen. Also, zack, zack, ab zum Finale. Jetzt geht's gegen Scarlet Commander Beckenbauer persönlich. Übrigens, hat irgendwer gesehen, wer Miraculi getötet hat? Wie interessiert's? Hauptsache ich bin am Leben. Schön, dass du so ein Teamspieler bist. Fürchtlich wahr, Dimitri. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Du, du, du bist ne Schande für das heilische Licht. Als würdest du die Folge überleben. Was habt ihr denn plötzlich alle? Da schärbt man mal eine Folge nicht und schon hasst dich jeder. Gehen wir weiter. Wir haben noch einen schweren Job zu erledigen. Und so ziehen unsere Helden dem großen Showdown entgegen. Dem großen Boss persönlich. Scarlet Commander Beckenbauer und seine Sekretärin Heidi. Sieht das beeindruckend aus hier. Das hier ist also das Herzstück des Klosters. Ich meine des Fanclubs. Wirklich hübsch. Überall Bayern München fahren. Es ist ja widerlich. Wo ist denn nun der Big Boss? Hm, da hinten ist der Altar. Aber kein Kaiser. Äh, Commander. Da hinten kommen wir. Da ist er. Two friends. Das nächste Mal, wenn wir zu einem großen Showdown verabredet sind, kommst du aber pünktlich. Was haben wir denn gemacht? Haben wir geschlafen? Natürlich haben wir geschlafen. Ja, wir haben uns ausgeruht. In der Zeit, wo wir geschlafen haben, da haben wir geschlafen. Ja, ja, ganz ruhig. Können wir dann? Ich muss ja sagen, ich hätte mir den großen Boss irgendwie anders vorgestellt. Der sieht irgendwie alt und grau aus. Irgendwie so gar nicht hellenhaft. Jeder hat einen Makel. Es gibt keinen Makellosen. Ja, den gibt's nicht. Nicht einmal in der Geschichte der letzten tausenden von Jahren. Jesus vielleicht, ja. Genug gequatscht. Jetzt wird gerockt. Charge! Warte noch, Horst. Vielleicht können wir uns ja irgendwie friedlich einigen. Äh, ist eigentlich logisch, logischerweise kann's nicht passen. Aber es gibt doch, äh, mal die Möglichkeit, dass, äh, dass es, sagen wir mal, passen könnte. Halt endlich die Fresse! Seit Jahren muss ich mir dein blödes Gequatsch anhören und dafür friss meinen Exekut! Tod, er ist tot. Horst hat ihn gewonnen hittet. Das war ja einfach. Erinnert mich irgendwie an den Arthurs Höniker. Der war genauso schnell down. Rani, guck mal, da hinten, ne große Mauer. Oh mein Gott, ich hasse Mauern. Also irgendwie ist heute der Wurm drin. Schon wieder einer down. Naja, ohne den Paradien wird's eigentlich leichter. Das hab ich gehört. Moment mal, ich dachte, du wärst tot. Lay on hands. Oh, verstehe. So, Schild an und Halfstone. Oh, verdammt, schon wieder so ein Reflex. Jetzt hat der Trottel sich rausgeportet. Egal. So, können wir dann ein bisschen Beckenbau looten und raus hier? Verdammt, da kommt seine Sekretärin Heidi. Steht auf! Mein Held. Ja gut, der Jürgen Klinsmann ist ein praktischer Weltstar. Er kennt die Mannschaften aus dem FF. Wir blenden an dieser Stelle aus, weil der liebe Horst völlig ausrastet und dieser Teil definitiv nicht jugendfrei ist. Wir machen einen kleinen Sprung und schalten uns direkt nach dem Endkampf wieder ein. Horst steht in einem kleinen Berg von Körperteilen, die mal dem Scarlet Commander und seiner Sekretärin gehört haben. Horst, ist das eklig. Du musst es auch immer wieder übertreiben. Entschuldigung, aber einer muss sie ihr mal zum Schweigen bringen. Hier, hast du eine kotze Tüte, Uschi. Danke, Cliff. Das ist nett von dir. Mir ist so schlecht, dass ich... Ha, jetzt hat das auch die liebe Uschi mal erwischt. Wieso macht dich das so fröhlich, verdammt? Hm, solange sie noch warm ist, könnte ich eigentlich... Timitri, ich habe so langsam das Gefühl, dass du hinterher die ganze Sache steckst. Horst redet nicht so viel, hilf mir lieber, sie auszuziehen. Wir machen Bilder von ihr und völkern die im Internet. Du führst sie nicht anfassen, sonst... Horst, hast du eigentlich einen Tiefschutz? Ach, sowas brauche ich nicht. Wann kriege ich mal schon mal einen Schlag in die... Zu, wollen wir denn mal nach Hause? Bebel, ich bin gleich bei dir. Alle tun, nur ich lebe noch. Na, wer hat jetzt gut lacht? Ähm, Cliff, warum schaust du mich so komisch an? Wo willst du es hin haben? Hm, wieso zieht gerade mein Leben an meinen Augen vorbei? Hm, was nehme ich bloß? Das Fischmesser, das Hackbeil, die stumpfe Klingel. Ach, verdammt, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Okay, lieber Cliff, dann machen wir es einfach so. Wir verschieben das große Duell auf die nächste Folge. Dadurch hast du zwei Wochen Zeit, dir genau zu überlegen, welches Messer du nimmst. Das finde ich eine gute Idee. Ähm, welches Messer wofür? Gott, wie er es immer noch nicht geschnallt hat. Findest du es nicht seltsam, dass wir alle mit einem Messer im Rücken gestorben sind und jedes Mal Cliff hinter uns stand? Wer kann also deiner Meinung nach nur der Täter sein? Ah, Gott, wie konnte ich nur so blind sein? Das war natürlich der Paladin. Hä, ich? Naja, der hätte eine halbe Stunde pro Opfer gebraucht. Ja, wer war es denn dann? Es war die Kette! Dimitri, Cliff wird dich gleich aufschlitzen! Was? Nein! Schnell beenden wir die Folge, kommt schon, ich möchte einmal überleben, bitte. Okay, tun wir ihm den Gefallen. Bis zur nächsten Folge von Alimania. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es im Schala-Roten-Kloster zum großen Showdown zwischen Cliff und Dimitri kommt. Den natürlich ich gewinnen werde. Ich meine, wie will der Schoke meinen scharfen Blick entkommen? Ähm, wo ist er hin? Uh, ich bin hinter dir. Können wir nicht einfach nur Freunde sein? So, nun ist alles fertig. Dann müssen wir uns einfach vom Acker machen, dass nicht der ganze Tag für de Katz war. Dann müssen wir uns einfach vom Acker machen, dass nicht der Tag ist.